Was? Was? Also wir sind jetzt bei der Tankstelle Okay Lasst euch nicht erschießen Lotet was das Zeug hält an Essen und so Wir sind auch leider Okay aufpassen Jetzt scheint hier auch ein Aufenthalt Nämlich neblich oder? Ja das wäre neblich Was für Patronen hast du eigentlich da drin mal gesehen? Boah was ist das denn jetzt hier? Was? Alter Das ist neblich hm? Ja was meinst du mit Patronen Sammy? Ja Patronen für deine Waffen Was sind das für welche? Ja einmal hier die Dings hier Die 22er Die hab ich ja auch ne? Mhm Und dann brauch ich noch die anderen hier Moment Kann ich mir grad sagen Die 556er Hab ich Hast du? Hab ich Dann komm Uuuu 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 Okay Achtung 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 Scheiß wie sieht jetzt aus Länglich Das hat jemand Das hat jemand Paul Paul Mann Du Penner Also nicht Paul Also ist nicht Paul Paul Das ist nicht Paul Das ist irgendwie ne Mütze oder so Das ist ein Typ ne? Ja Wie sie da gelaufen? Du hast Dings rausgeschmissen Ne? Nein Okay Wenn du nicht luden kannst Ich hab Plätze freisemien Ja schnell Lass trinken Schnell Digga Ja Hast du getrunken? Ich hab getrunken was ja Ich lude Wo bist du? Dann komm raus Trinken Bandage Da schieß du was Renn weg Max komm Digga lauf Ja Hier rein Hier rein Ja ich bin hinter dir Renn Wir müssen kurzen Abstechen machen Wir müssen in der Schuhe Linksrum Linksrum Da hinten bei den Bäumen 13 Prozent mit Essen habe ich nur am Seminar Ja ich weiß Wir sind in Deckung durch das Scheißweiße Sieht man jetzt nicht hier durchmachen Und was hier durchzustellen bleiben Oder Wohin man ist Ja hier durch Ja hier durch Ja okay Und wenn ich weg 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 kommen Ja lautet auf der Straße Ne? Ja Ja Und wer Elite Wie ist weiße? Scheiße Scheiße die Baller am seguro Deryl Seelius Und wie montyp da geht es raus aus da wir gehen da um die ganze Gebäude fallen, sie sind damals Scheiße, hey, Freie gehört und die Schüsse überall das ist Gebäude, wo wir jetzt immer sind aber so ist es doch ein Typ gewesen wie soll es denn so rumgeschlendern zu langsam er hat Angst gehabt oder sowas komm jetzt gibt's klar, ey, was ist? ja, ich hab nur noch 12% ok, dann schmeiß ich Futter, wo bist du? was ist, ey? stopp! ach, dem Weg gelaufen was ja, Achtung, Achtung 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 A hier ok, danke dir ich brauche trinken, Mann trinken? ok, ok, alles gut, lauf warte ganz kurz, empty, empty ok, ich auch, los ist es Richtung Sultan, wo wir rennen? ja, ja, richtig, perfekt ich habe drei Militärflaschen an Bord ja auch, wir können gerne eine geben und dann machen sie und so ah, sie haben mir gut gemacht, sie haben mir das gleich geschossen als gut, ey ich habe gedacht, das war wie, ich war immer noch der Meinung ja, habe ich auch gedacht danach, aber das war ein Typ gewesen hat mich keine Geräusche gemacht ja, aber wieso ist der so weitergeschlemmert zu? ein Bug wahrscheinlich bei ihm vielleicht eine schlechte Verbindung oder sowas aber da haben gleich viele wie die Blöden, wir sind gar nicht alleine hier da haben gleich viele wie die Blöden und die rumgeknallt war das ein Kollege von denen vielleicht? wahrscheinlich was ist hier ein Helikopter, du? was ist auf der Welt auf, ne? ich muss mich jetzt hier nicht aufgehen, ich bin ja offen Sammy? ja, ja, ja halt ausschau, ich mach die helle Lampen an nein, grutsch, ich muss hier gar nichts anmachen hier ist nix glaub ich nichts? ja, ich glaube nicht ne, ne ja, was? da wird es ja aufleuchten, ne, ne, hier ist nix weiter da ist leer, oder? wo bist du? ja, du hast ihn hier ein Flugzeuge na, du hast du wieder ein Stück na, okay Herr Ruxer, kann man leider nicht mitbringen, ne? alter Schwede, eh gleich geschossen Leute, voll übel ja, aber weiß ich auch was auf uns war ziemlich weit weg, hat ans Vicky rum und und schon ist man nur so schnell geht es hier dass sie sich an dass die ganze Zeit gar nichts zu nehmen aber so schnell ändert sich alles hier Wunderbar wir sind ja wir haben gleich ein Abstecher machen das ich kann so gut grillen auf der Fläche ja aber der Nebel ist scheiße ich bin auf einmal finde ich ihn geil ja gut wir sehen natürlich auch schneller Leute aber komisch also sowieso hell hast du siehst die Leute nicht ja du siehst aber glaube ich schmerzere Punkte siehst du dann rumrennen glaube ich ähm Sammy bleib mal hier an dem Baum stehen hier bleib mal hier stehen siehst du mich ja 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 nein naja und sohn vom besten Wort noch jetzt richtig aber sehr schwach langsam sagen wir haben sie über das Leben ja nun es gibt es kommen das war einfach eine Tankstelle warten auf die oder Hälfte auch ein Bernhard mit wir sind schon unterwegs wir sind ich hoffe ich mag es weiß den Weg er hat es sei denn dann hinter der Mauer bei der Tankstelle bleibt hinten dran ja genau Warte kommt ihr dadurch ja wir kommen da hinten und wenn wir uns genau in die Kampelerei wenn wir da sind oder nicht wir kommen die Niedern das ist hinter der Mauer dann ich frage mich warum wir so oft auf einschießen müssen mit der K.O. geht Treffen mit der K.O. und Spiele treffen wir treffen falsch was finde ich jetzt echt ich frage mich von den Leuten, weißt du wo man ihn kennt haben mich erschossen, haben mich geradet da hab ich kein Zuhause mehr bei also warten wir halt hier wir sind gleich Achtung ich frage mich mit den Leuten wo man sich kennt, weißt Markus warte Markus warte ja, wer aus ok, nein, ist gut musst du nachhören? warte zu lange laufen ja, ich hab alles hab alles Nachhören, muss man es gar nichts ne, 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 räum nicht wir sind jetzt bei der Mauer sind wir gleich da mal, Guz? ja, wir sind gleich da Dankeschön ne ja, ich hab auch noch eine Leere ne, ich hab auch noch eine Leere ja, nimm dann auch mehr und wieder muss ich ah ähm ja, ne mhm oh super, super Hammer kann ich wegwerfen damit kann man Metall abhauen von Autos und Alten ach dann mit anderen Werkzeugen nicht, mit dem Hammer kannst du Metall abschlagen für Türgriffe zum Beispiel und solche Sachen bauen ja, ok, dann behalte ich den Hammer wenn er nicht unbedingt Platz verschwendet, dann kannst du ihn noch behalten ist denn die scheiß Straße hin, ey die Mützel kann noch weg nehmen wir, wir kommen das, das die Dings hier ja, ok, ja alles klar, wir sind da fast wir kommen von rechts, er, von rechts von der Tankstelle da ist der Supermarkt ja, dann ein Gen kommen, oder? ne, bleibt man dort sitzen also, wir sind direkt hinter der Mau weißt du mit Semihan, ne? ja, ja, ich bin direkt hinter dem halb mich doch mal an was nicht? ich bin fliegt, ach doch was nicht? ach so, ok ne, ne, man, eine Frau ich bin ja auch, ne? auch jetzt kommen wir zu euch ja, wir sind hinter der Mauerts genau, das ist ja da sind sie ach, ich weiß ach, ich weiß eieiei oma ne, ne, war toll nicht das ist schön ok äh, Verteilung, Rollenverteilung ne, wir ist die Frau, wir sind die Männer ne, wir sind die Frau wer hat alles wach vom Start? geladen? geht auch was bei dir? ne, ne, ohne Mini ohne Mini ok, was hast du denn vor einem? ok, dann passt die 9mm ne, doch, 9mm und die, äh Westland 22 ah, wer hat die nicht? ah, wer hat die nicht? 9mm und die 3.5mm der Revolver ok, ok, hat jemand und ich habe einen Schuster oder einen Marathon davon ok, hat aber jemand die 45er H&K ne, leider nicht soll, dafür habe ich hier viel Munition dafür Tani, was hast du am Start? klack die Waffe und ich gebe jetzt Tani die Pistole, damit sie auch was hat mhm ja, ne, woanders gehe ich hier hin also ich gehe hier hin wir kannst probieren steh unter mir dann kommts runtergerutscht Achtung bleib stehen Achtung und gleich auffangen gleich mit F rumdrücken hast du sie? ach, Gottes Willen sie ist runtergeknallt ah, weg ist sie mit Munition alles so ach, Mann ja, da draußen trau ich mich kann Tani alles weg ist jetzt habe ich genug Platz Mann, Scheiß ja? dann nehmen sie guck dir noch ein bisschen nach, nach Leuten ja so, Tani, Schuhe ne, die hat ja Markus auch gesammelt mehr habe ich auch nicht drin am Start irgendwie ich habe noch einen Helm ah, ne Maske habe ich drin Tanja, hier Achtung ein bisschen schräger laufen, damit es in eine Richtung knallt Achtung und go ok weiter, was habe ich noch? ne Trinkflasche brauchst du noch eine? Hier, Achtung ah, ok, ok das kann ich doch noch nehmen, das was ja, ok ne Spitzhacke kann ich nur noch geben ok ja, mir habe ich gar nicht das braucht man ein Essen, aber das ist doch leider nicht hier ok, wir sind magst du noch Schuhe für Sie? ja, ich habe nur das Fett rausgeschmissen hier komm, kommst du zu mir? Hier bin ich das ist fett ja, nehmen wir fett Anja, zu mir hier Achtung, Schuhe, komm bin schön na warte, ich habe noch für Tani einen Helm Arcel ja du bist auch da, wo bist du? Hier bin von mir ja nö warte, ich gebe den Herrn Kostolz ich bin der, der hilft ja, der hilft ja der, der hilft ja ja, der wird die Vorsicht auch die Achtungsschulmaße bitte schön okay Herr, wie schaut's aus? ja, so gut, mach doch die Lampe aus Marcel ah ne ne Pfeiler Heiler haben aber gar keine, ne was haben wir nicht? Heiler Pfeiler? hast du noch ein? ja, was wird gespannt ja, ich hab vier Pfeiler eine Reichtung, gut gut, gut, gut gut, gut ich nehme noch Bandagen, dann hast du noch Bandagen ich brauche, wir brauch Bandagen, magst du oder wer? ich brauche keine ich brauche okay, dann gebe ich Markus ich gehe Marcel, wer muss Marcel, ist der mit der Taschmarbe hier? der hier ne, wer ist das mit dem Helm wie vorne? bist du? okay, wer ist das hier oben, das bist du? okay und das hinten ist Marcel irgendwo hier? okay, das riecht aus so, also, ich pass auf, ich schmeiß dir jetzt warum kriege ich denn keine Antwort? ich schmeiß dir jetzt Bandagen, Achtung gleich mit F rumdrücken, ja? ja ja Achtung Okay Okay, Tschüssi noch Wo sei denn? Ja, Fran, wir Achtung und raus damit hups okay, also Tanja hat ja recht, ne? was ist denn? Akonu hinter der Mauer wir bleiben ja ewig hier und alle abschießen sind vorbei gekommen zack, bumms, zack, bumms hm hm okay weiter Markus ähm folgendes ich habe noch einen neuen Millimeter ja hast du mir hat die neuen Millimeter kann ja nicht es ist nicht wahr und okay nun kann er nicht okay ja dann wir haben wir alle du hast trotzdem 9 mm nein das ist ja schwarz wo ich dir gegeben hab du hast 22er du hast ihr die Mk3 gegeben ja stimmt das ist die 22er stimmt da hat Markus glaub ich gebraucht ne ja keine Munition ne genau ich hab die Munition und die Waffe dafür ja ja als Pistole und und gewährst wird ja auch so lehnt sich nicht gehen und Pistole zu mir lehren würde ich rausschmeißen die und ja nicht das was war das? Scherben? ja wie? ja wie? ja wie? ja so das will ich nur kurz das ist so rochen im Spiel über Arfe okay okay äh wie kann die Kinder in Garten pass auf Sammy ja ähm Tanja Tanja hat gar keine Waffe jetzt ne du hast du bist Tone mit 4 Schuss die 22er ne ja ich dachte es wäre 9 mm gewesen ja pass auf ja ähm Juli hast du Munition für die 9 mm? äh ne aber ich hab das Magazin halt wie groß ist das Magazin? was? das Magazin äh wenn du dran gehst siehst du das? da steht 0 von 7 oder 0 von 10 drauf ja 0 von 10 okay pass auf Sammy ja Marcel äh Juli kriegt jetzt hier die 9 mm von mir das ist ein 34 Schuss drin von 33 ist ein Magazin ja und ja ja und okay und Marcel? Marcel du hast gar keine Waffe ne? doch ich habe eine Revolve mit einem einzigen Schuss okay mal da habe ich 8 Schuss für ihn da hätte ich was für ihn okay und Tanja kriegt eine Waffe von mir sie gibt mir ihre Waffe okay dann aber Gas geben jetzt lass mal über den Zaun gehen bevor ihr alles in die Wurmband verschwindet hier ja auf dem Platz hier vorne gleich mal kurz neben die Wand hier ja ich kann nicht nur noch nicht aber nicht okay stillhalten man macht diese scheiß Lampen jetzt aus das ist immer noch so gut ach Quatsch das ist voll hell okay ja warum haben wir alles alles so einsteigen ja dann musst du halt den Fernseher mal anders einstellen so jetzt Achtung okay pass auf also ganz ruhig Tanja komm du erst zu mir du gibst zuerst deine Waffe weg an Marcel Tanja? an Markus? komm mir ne? ja aber ich kann nicht okay du fuhren die Waffe raus wenn mein Inventar nicht rein ach so du musst du weggucken von mir muss weggucken von mir dich einfach ein bisschen drehen na soviel auch nicht ja geht schon ich kann mich auch drehen ja okay also gut und raus okay so Tanja jetzt kriegst du ne Waffe von mir bitte schön bitte schön dann hast du gesehen was sie bekommen hat weiß ich nicht ne nr also hier alles klar ja ich habe ja ja okay du kriegst eine Munition dafür Achtung kannst du was aufnehmen ja ne? okay Achtung was hast du? okay okay pass auf warte ich habe noch ein Magazin drinnen mit null äh null Schuss aber das ist dasselbe Magazin jetzt brauchst du auch zum Wechseln naja wenn sie keinen Platz hat behalte ich es noch erst drinnen ab okay okay ich stehe ich vor dir Achtung ähm du wirst es die 9 mm Achtung das Magazin überlaufen okay habs super jetzt kann ich mich mich entledigen hier hinten einmal mit der Einwanderung der Einwanderung von 9 mm die kann ich mich raus ist es hier neben Tanja oder? wo hast du mal deine Scheiß wer steht hier hinten rum? ah Markus ja ich entledige mich mit den Waffen hier ich brauche die Waffen nicht ja aber Markus ist noch da Marcel kriegt die die 357er von dir Sammy Marcel du hast Schuss dafür ja Acht ja ich hab einen richtig und dann kriegt Marcel noch das Maschinengewehr das M40er von mir okay 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 also ich will dann mal einen Millimeter Perfälle machen die Soße weg die kannst wegwerfen aber schein ein Gebüsch dass du jemand die findet ja ein Gebüsch halt ja ich kriege eh nötig ich kriege eh nötig ich kriege eh nötig okay wo ist Marcel? ja warte ich leg meine Waffe da weg äh braucht jemand eine Dienfuhrse oder so? was braucht man? eine Dienfuhrse nein dann kann ich die auch wegziehen okay so wo ist Marcel jetzt? ne? ach so also Licht aus Marcel Licht aus wo hältst du hier? ich bin vor dir bleib mal stehen bleib stehen da habe ich wenigstens ja dann mach kurz an los Achtung jetzt kommt sie Achtung F ich bin bereit ja ich will hab ich okay nachladen und gesichert und dann so rumrennen so jetzt haben wir alles verteilt Markus jetzt kann man aber los sein hey Alter ich warf nicht ich warf nicht ah man ein Lärm ichitarren um kommst du hier alle gleich ahead ran ok alle fertig ja ich brauch halt was zu essen wo ah e am